Da hinten, golde Kugel. Jetzt, komm, gib sie mir. Wir brauchen sie jetzt. Boom. Und jetzt wird hier geballert, Mensch. Raketen jetzt, sofort. Alles markiert ihr bitte. Ping, ping, ping. Flupflupflupflupflupflup. Wooo. Das reicht mir. Flip 6 Dreierloch. Los. Äh, oh, das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Action, hi. Gib ihr. Draufhalten, Deckung. Oh, du bist ein Schildträger. An dir hätte man auch sein Stack aufladen können. An deinem Schild. Habe ich jetzt noch einer? Oh, ich bin ja, ich bin ja goldig. Schnell, los. Oh ja, genau, direkt hinter uns. Ah, vorsichtig. Medikit, Schild. Rausgeballert. Meine Güte, ey. Das wird ja immer besser. Und jetzt schön draufhalten. Nochmal bedanken. Gut gemacht. Aber wir müssen das Team jetzt leider verlassen. Es war wunderschön. Bis hierhin. Aber wir müssen jetzt Kisten öffnen. Und zwar jede Menge Kisten. Äh, das sind nicht die Dienstleisterhandschuhe. Die möchte ich nicht. Und noch eine Kiste. Noch eine, bitte. Ich möchte sie alle geöffnet haben. Yay, Optimierungsmaterialien. Und die letzte Kiste, bitte. Cool. Sehr nice. Und nun, nun möchte ich natürlich auch hier, äh, zurück. Und erstmal die Waffen kontrollieren, die ich jetzt gleich bei der Know-how-Bank spenden werde. Nö, Waffen waren jetzt nicht so wirklich dabei. Nochmal kurz hier. Die Rüstungsteile. Fuhre Nummer 1. Durchgecheckt. Gleich an die Know-how-Bank. Äh, fluppdiwupp. Alles spenden. Oh, wir sind bei 4. Oh mein Gott. Wir können, wir könnten, wenn wir wollen, die Dark Winter auf 4 bringen, ne? Verbessern. Haben wir den Kram? Wir haben den Kram. Oh mein Gott, natürlich. Das ist die Waffe, mit der wir aktuell immer noch am meisten schießen. Fluppdiwupp. Yay. Und dann habt ihr mir noch empfohlen. Ich soll mal gucken, bezüglich der Spezialisierung. Ne, Quatsch. Drohne und so, ne? Ach, guck mal. Hier unten geht es ja noch weiter. Vielen, vielen Dank für die Hilfe. Ähm. Reparaturdrohne. Was kostet der Spaß? Ah, und das habe ich alles noch da. So gut, Mensch. So gut. Gut, äh. Erstmal die Drohne, ne? Erstmal schön die Reparaturdrohne auf Level 4 bringen. Jawoll, ja. Gib's mir. So gut. Bis direkt auf Level 4. Ich wusste nicht, dass es da noch runter geht. Was habe ich noch verpasst? Ähm. Ballistischer Schild, natürlich. Äh. Wir sind beim Stürmer- und beim Kreuzfahrerschild, sind wir schon Experte. Das ist unser aktuelles Schild, ne? Oder? Wie heißt das genau? Ich guck mal lieber nochmal nach. Das ist das eine Schild hier. Genau. Äh. Schild, 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 Schild. Es ist das Kreuzfahrerschild. Kreuzfahrerschild. Verdammt. Ich hätte jetzt fast... Ich hätte jetzt fast den Stürmer genommen. Kreuzfahrerschild. Alles klar. Know-how. Runter, runter, runter. Ballistischer Schild. Kreuzfahrer. Und ich hoffe, dafür habe ich jetzt auch noch die Materialien. Bis Top-Notch, bis Level 4. Das ist sehr hilfreich. Kostet wirklich nicht viele Ressourcen. Ein super Tipp von euch. Äh. Wir sind jetzt auf 3. Schande, Mensch. Wir brauchen so viel Kram. Das ist echt cool. Ich finde es super. Was mit der Police? Police. Geht da noch was? Nein. Ich glaube, für alles andere fehlt uns jetzt gerade der Kram. Das bedeutet, wir sollten wieder auf Tour gehen. Aber erst nachdem wir jetzt hier natürlich unsere restlichen Ressourcen vom Boden aufgehoben haben, die ich vorher überprüfen sollte. Oh, warte. Das Gewehr ist ja wirklich fast durch. Da könnte man natürlich jetzt auch, ähm, das Ding ins Raufhauen. Was uns so gut tut mit dem HB-Set. Todeskandidat. Und dann würden wir das Gewehr wirklich erst rausholen, wenn, wenn die Dark Winter ihren Job gemacht hat. Und dann, bam, dann machen wir doch bestimmt extrem viel Schaden. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Dich nehme ich jetzt erstmal so mit. Okay, nee, na denn. Den Rest bitte als Schrott plundern. Und dann schmeißen wir das ebenfalls in die Know-how-Bank. Alles spenden. Zack, zack, zack. Haben wir noch Schrott in der Tasche, der eventuell zerlegt werden muss? Einmal Tab gedrückt halten. Ich weiß, ich weiß. Wir nehmen alles andere, was wir noch nicht vollständig haben. Und dann soll ich hier zum Händler, habt ihr gesagt? Hier soll es... Das ist doch Haven jetzt wirklich, ne? Diesmal ist es wirklich Haven. Richtig, ne? Haven, da steht's. Bei Beneathet. Ähm. Vorher vielleicht noch hier das Gewehr ablegen. Das probieren wir später aus. Inventar. Waffen. Und... Ey, was soll denn das? Warum hab ich das Ding denn bitte noch? Weg. Weg. Und, äh... Du kommst in die Kiste. F. Und den Rest bitte dann nochmal gleich spenden. Aber er ist nicht beneath es. Hier gibt's wahrscheinlich keine. ACS. Ähm. Nein. Das ist auch nicht Beneathes. Aber wo hockt der denn bitte rum? Das ist Haven. Ist das Yogi? Hm. Hätte ja sein können, ne? Habe ich seitdem nicht mehr gesehen gehabt. Seit Einstieg Season 9. Er war nicht mehr hier. So, weg damit. Krass, Mensch. Krass, krass, krass. Dark Winter. Und dann noch Schild sowie Drohne. Sind jetzt ganz schön... Ganz schön auf Vordermann gebracht. Aber da geht noch was. Da geht noch eine ganze Menge. Was ist hier? Ach ja, stimmt. Wir haben ja auch noch die Sternchen gesammelt. Eine Sekunde. Das nehmen wir auf jeden Fall. Benanntes Objektbehälter. In der Hoffnung, dass wir die Rock'n'Roll kriegen. Wobei, Optimierungsbehälter wäre auch richtig, richtig gut. Ähm, für die Optimierung halt, ne? Und hier, hier sind Ressourcen drin. Oh, nur drei Sterne? Ey, da könnten wir uns richtig gesund stoßen. In Sachen Ressourcen. Oh. Komm, warte mal. Ist das nur einer? Oder kann ich den immer und immer wieder nehmen? Kann ich immer wieder nehmen, ne? Ich will die Ressourcen haben. Ich nehme jetzt mal den ganzen Batzen Ressourcen. Flup, 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 flup. Nice. Nochmal Kisten öffnen, bitte. Und go. Und schon können wir die Police noch ein Level hochhauen. Auf vier, bitte. Jawohl, ja. Nice. Wie gewonnen so Zaron. Geht sonst noch irgendwas? Die Coyote-Maske will noch ein Level. Soll sie kriegen. Ich glaube, diesen Grupo-Rucksack werde ich nicht behalten. Da haben wir das Talent rekalibriert. Also können wir hier nicht weiter rekalibrieren. Und Kopfschoschan, da hätte ich doch ganz gerne. Doch lieber was anderes. Da gibt es bestimmt auch was Besseres. Da sollten wir jetzt keine weiteren Ressourcen erstmal reinstecken. Bis wir nicht irgendwas Optimaleres haben. Aber unsere Heartbreaker-Weste, die ist voll in Ordnung. Da können wir den letzten Fitzel noch Chance auf kritische Treffer gerne optimieren. Sofern wir dafür das Material haben. Weste, 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 Weste. Nein. Uns fehlen Feldaufklärungsdaten. Das war Kontrollpunkte unter anderem. Kann man bestimmt auch selber produzieren. Und natürlich SRD-Kalibrierungen. Was sagt denn die Uhr? Hm, ist es schon wieder soweit? Oh ja, tatsächlich. Was für eine Überraschung. Klasse. Einmal bitte den ganzen Batzen mitnehmen. Flup, 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 flup. Und die restlichen Punkte gebe ich auch gleich aus. Chance auf krit. Sprengsatzwiderstand. Fertigkeiten-Tempo. Und das Nachladetempo. Damit hätten wir genügend SRD-Kalibrierungen und jetzt brauchen wir nur noch Feldaufklärungsdaten. Die wir uns aber vielleicht auch selber herstellen können. Tatsächlich. Noch 10 haben wir gebraucht. 2x5 bitte. Dankeschön. Nochmal anfertigen. Vielen, vielen Dank. Ist das Projekt noch an? Ja. Ist noch an. Unsere inoffizielle, zweckentfremdete Ressourcenanzeige. Oben rechts. Wie schön. Optimierung. Rüstung. Flup, 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 flup. Danke sehr. Und dann noch einmal. Dann ist die durch, ne? Höchstwahrscheinlich. Ja. Ja, ja, ja. Hier wieder dann Feldaufklärungsdaten. Mhm. Und jede Menge SRD-Kalibrierungen. Ich glaube, wir sind dann offiziell erstmal mit dieser Phase für heute durch. Was sagen die Werte? Wir haben hier 51,7. Ein bisschen drüber. Ein bisschen drüber. Wir könnten ein bisschen drunter gehen und irgendwo noch ein bisschen mehr Schaden durch kritische Treffer raufhauen. Wenn das möglich ist. Oh, wir haben zu viel feste Chance auf kritische Treffer per Attribut. In unserer Hardbreaker-Rüstung. Das wird immer weiter ein Problem werden, dass wir jetzt hier über den 50 sind. Den angepeilten 50. Mindestens ein Teil. Am besten ein kleines. Ohne Modifikation. Hier hatten wir uns jetzt schon so ein bisschen investiert. Sollten wir austauschen. Und zwar gegen Schaden durch kritische Treffer. Also Handschuh, Holster oder Knieschoner. Wir hatten hier noch nichts weiter optimiert gehabt. Aber nicht hier Godroll. Godroll kann Godroll bleiben. Und hier ist schon Schaden durch kritische Treffer. Na dann die Handschuhe. Dann suchen wir eindeutig die Handschuhe. Dann hätten wir minus 4,8%. Und dann wären wir wieder optimal dabei. Und dann würden wir weiter gucken. Wir brauchen neue rote Hardbreaker-Handschuhe. Schaden durch kritische Treffer. So, Police. Police ist 50. Zwei Wunder, aber alles klar. Wir haben viel zu tun, Mensch. Wir haben lange genug rumgebastelt. Es ist immer wieder schön, aber trotzdem müssen wir jetzt weiter. Batteriepark. Oh, das ist schon wieder New York. Wie fantastisch. Gibt es... Was machst du denn eigentlich, wenn du jetzt nicht den DLC hast? Hast du dann andere tägliche Projekte oder sind die separat? Habe ich in Washington? Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Hier ist ja das Weiße Haus. Ist verrückt. Ist super kompliziert manchmal. Prüfen wir das nächste Mal nach, wenn wir in Washington sind. Wir müssen drei Aktivitäten machen. Im Batteriepark. Alles klar. Also erstmal rüber in den Batteriepark. Und wir werden auch die Kontrollpunkte übernehmen, damit wir da dann neue Feldaufklärungsdaten bekommen. Und endlich können wir wieder ballern. Das erste Teammitglied ist auch schon am Start. Doch wir wollen noch mehr Verstärkung. Go, go, go. Ist hier gleich um die Ecke gekrabb. Immer mitnehmen. Verdammt nochmal. Pass auf, Hundi. Gibt es hier irgendwas Nettes? Ja, Essen und so. Schande, aber wir brauchen eigentlich kein Essen mehr. Wir sind so voll. Ich komme, ich komme, ich komme. Wir wollen ballern. Niemand braucht mehr Essen. Alles klar, Jury. Oh, das ist eine schöne Location. Eine sehr coole Location. Ich brauche was mit Distanz. Droni. Los. Zeig mal, was du Experten und ein viermäßiges so drauf hast. Au. Was war denn das, bitte? Was war denn das? Zack. Zack. Und jetzt. Gib ihm. Gib ihm. Schieß. Er wollte schießen. Ich habe ein Mega-Delay gehabt. Ich weiß nicht, was los ist. Der Rechner knallt bestimmt gleich wieder. Das möchte ich nicht. Schande, schande, schande. Schieß. Er schießt nicht. Er schießt mal. Hallo? Warum ist denn da bitte so ein Delay? Ist meine Maus leer oder so? Hast du das mitgekriegt? Das ist nicht cool. Ich kann immer noch nicht schießen. Was ist hier los? Was ist hier los? Technische Probleme in Tom Clancy City Division 2? Oder sind das Probleme bei mir? Ach, das ist schon jetzt irritierend, ne? Ich konnte goldene Kugel nicht so richtig ausfahren. Da war ein Problem. Jetzt vielleicht klappe die zweite. Gebt mir die goldene Kugel. Los. Jawohl. Und raus hier. Zack, zack, zack. Geht doch. Das war es schon wieder, ne? Keine Ahnung, was da los war. Spinnt die Maus jetzt auch noch? Ich muss mir ein komplett neues System zusammenstellen. Äh. Ja, wir gucken später nochmal. Das hat sich ganz gut gemacht. Das erhält den Flow. Kiste. Hier. Okay. Gesichtsmaske. Ja, die drei Sachen, die ihr mir da empfohlen habt. Also das mit dem Fuchs. Die Fuchs-Knie-Schoner, unsichtbare Hand und Dienstleister-Handschuhe. Das gehört in jedes Schadensbild. Beim nächsten Mal nehme ich den Kram auch wirklich mit. Und behalte ihn dann auch. Umgebung gesichert. Gut. Äh, da oben ist noch ein bisschen was. Und dann geht's weiter. Komm ich hier hoch. Geht da? Da ist, da ist eine gelbe Matte. Wie irritierend, wenn man da mal nicht hoch kann. Aber okay. Und eingesteckt. Wie ihr wollen. Hat er schon was markiert? Wird's und ich Kontrollpunkt lieber spielen? Die sind super gut. Kommst du mit? Windows-Netz. Ich hab ganz vergessen, wie unübersichtlich dieser Kontrollpunkt ist. Komm raus, du Halunke. Es reicht. Ein Stückchen noch. Na geht doch. Wo ist eigentlich die goldene Kugel? Da oben irgendwo. Und da kommt auch schon der Boss. Ich geh hier lang. Ich geh hier lang. Ähm, nee. Ich bleibe erst mal hier. Goldene Kugel. Gib sie mir. Sofort. Schande. Aber da ist noch einer, ne? Da ist noch einer. Vorsichtig. Schön zirkeln. Oh, musst du jetzt da genau in der Ecke sitzen. Das ist sehr gefährlich. Gegner hat die goldene Kugel zusammengesetzt. Ja, aber wo? Drohni. Mach mal wieder mit ein bisschen. Gib dir mal Mühe. Kommt dann auch einer raus? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Das ist ein Dicker, ne? Das ist richtig übel dicker. Zack, zack, zack. Uh. Nice. Plunder gleich mitnehmen. Ist da noch einer? Feindliche Anführer. Neutralisiert. Sie kommen gleich. Ich brauche Distanz. Und ich brauche Munition. Und wie wär's denn gleich mit Spezialmunition? Gute Idee. Brand-Money. Okay. Nun wieder zaghaft. Und taktisch. Ich muss... Ich muss hier ein Stückchen runter. Hier ist in Ordnung. Ei. Überfall. Da, goldene Kugel. Da, die will ich haben. Die leuchtet doch nicht umsonst, oder? Äh, 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 äh. Äh, äh. Nein. Nein, nein, nein. Aua. Ja, perfekt. Perfekt. So, genau. Schön alle hier konzentrierten feuern. Katscheng. Wo sind sie? Wo sind sie? Plank. Ich seh keinen. Sehr ungünstig gerade. Einfach mal reinhalten. Äh, ja, Pustekuchen, ne? Manchmal bist du vorne und manchmal bist du hinten. Oh, Mensch. Oh, Mensch. Die Police. Was die eine Distanz hat. Immer wieder eine Freude. Katscheng, katscheng, katscheng. Ja. Und da ist der Nächste. Nee, die sind nur teilweise nur gelb markiert. Das hat nicht immer was mit der goldenen Kugel zu tun. Oh, Mann. Nightfall. Gucke ich zu ihm rüber. Mit seiner goldenen Kugel. Einfach ballern. Das ist schon wichtig dann, wenn man die goldene Kugel hat. Ich folge dir. Los, 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 los. Zack. Weiter. Taktisch. Da kommt eine goldene Kugel. Gib sie mir. Köpfchen. 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 Na, 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 na. Na, 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 na. Ich hab sie nicht. Ich hab sie nicht. Hinter mir hat sie. Dann eben so. Cool. Deine Kugel. Nummer 4 oder so. Oh, 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 oh. Behalte sie. Deine schöne Granate. Ja, jetzt kommt schon. Gib sie mir. Flop. Er hat sie bekommen. Schande. Und er kommt immer mehr. Aufhalten. draufhalten. Schön abfangen. Ich hoffe, jetzt kommt keiner von rechts. Das wäre sehr ungünstig. Peng, peng. Ja, irgendwie haben alle goldene Kugeln heute. Nur ich nicht. Da kommt keiner. Granate. Nein. Links gucken. Genau. Na, na. Jetzt, jetzt hab ich sie. Gib sie. Gib sie aus. Du brauchst sie. Jetzt nur noch verballern. Na, 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 na. Ey, 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 ey. Ja, das war schon irgendwie unschön. Aber was willst du machen, wenn die Rückendeckung wegfällt und dir einer dann schön von hinten in den Kopf ballert? Da kannst du nichts machen. Es kam sehr plötzlich. Es hat uns fast alle niedergestreckt. Und dann war der Kontrollpunkt schon eingenommen. Doch, wir sind jetzt schon auf dem Weg zum nächsten Kontrollpunkt. Denn wir müssen heute noch einen Kontrollpunkt hier im Batteriepark füttern. Und der andere, der war schon voll. Hey, 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 ist doch gut, man. Du hast dich fast selber in die Luft gejagt. Sag mal, spinnst du? Jetzt mal im Ernst. Gib ihm. Goldene Kugel. Kommt wenigstens einer mit. Spielersuche läuft noch. Glaube. Der ist auch hier, ne? Der ist irgendwo anders. Ich sehe hier gerade keine blaue Markierung. Äh, der ist da drüben. Der macht den Haupteinsatz. Ist das Passway Park? Tatsächlich. Vielleicht machen wir doch bei ihm erstmal mit. Den müssen wir auch noch spielen. Dann auch lieber im Team. Passway Park mit Juri. Oh, warte mal, da kann man nach oben. Das ist ja cool. Das wusste ich gar nicht. Und das Team wird immer voller. Zack, zack, zack. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Den Fahrstuhl können wir nicht nehmen. Ja, dann wieder runter. Das merke ich mir. Ich glaube, das muss man runterschießen vorher. Und da ist er auch schon. Unser neuer Kollege. Ich gehe nach oben, wie beim letzten Mal. Das war nicht verkehrt. Hi. Überfall. Ja, spring lieber runter. Da geht doch. Rüber. Schild wieder. Und alles zerlegen. Was zerlegbar ist. Flop. Der Stack ist hungrig. Yeah, goldig. Ballern, ballern, ballern. Na, 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 na. Komm schon. Ja. Weiter. Drohne zerlegen. Ihn zerlegen. Alle zerlegen. Cool. Kommt da nicht noch einer? Doch, da kommen noch welche. Manchmal auch ein Dicker. Aber nicht immer. Aber nicht immer. Ähm. Da oben. Da ist noch Kram. Er darf nicht liegen bleiben. Medikids. Und Plunder. Die Überflutung irgendwie umgehen. Haben wir vor. Eins nach dem anderen. Nun hättest du uns nicht. Aufgabenstellung. Wir wollen auch das Ambiente genießen. Das postapokalyptische. Hä? Hm. Komme, komme. Keine Panik. Ich gehe hier lang. Nee, doch nicht. Da lang ist sicherer. Drohne hier in 10 Sekunden. Und Action. Ach, schon durch, ne? Aber da kommen noch mehr, Freunde. Geht doch. Blunder. Durchladen. Bis zur letzten Patrone. Und da legst... Ich nehme auch eine. Lecker. Haben wir auch Grapefruit. Hatsching. Durchgeflitzt. Hier noch irgendwas. Hi. Hey. Super. Das ging aber fix, ne? Ich glaube, das ist auch nur... So ein geskripteter Gegner. Der fällt gleich beim ersten Schuss einfach um. Hast du hier noch was? Ja, natürlich. Die geheime Kiste hier hinten. Nee, den Schlüssel. Aber ich weiß nicht, wo wir den verwenden können. Doch das finden wir irgendwann noch raus. Früher oder später. Hier noch was? Nee. Ah, Tür. Lass mich gehen, bitte. Lass mich gehen. Aber da geht noch einer, ne? Wir sind erst zu dritt. Die volle Action gibt es doch erst bei vier Gegnern. Ich gehe wieder nach vorne. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal aufgenommen habe. Aber ich habe genau diesen Einsatz schon gespielt. Mit goldener Kugel. Da ist meine goldene Kuh. Oh, den dicken. Den werde ich nicht so schnell eliminieren können. Ah, ah. Schießt. Er schießt schon wieder nicht. Was soll denn das? Was zur Hölle? Was ist das? Es macht mir Angst. Gleich knallt es wieder. Wie ein Schienabüller hier in meinem Kinderzimmer. Los. Gib ihm. Jawohl, Mensch. Wir zerlegen ihn. Plonk. Ich muss nach vorne. Ich muss sofort nach vorne. Ich muss alles zerlegen, was zerlegt bei uns. Plonk. Die Kleinen erst. Damit wir die Kette erhalten können. Plonk. 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 Die Kleinen erst. Plonk. Und jetzt ihn. Er ist schon abgehauen, ne? Okay, okay. So gut, Mensch. Was? Können noch ein paar kommen? Da oben. Na, Schande. Schon durch. Plopp. Plopp. Ein geiles Event. Das will ich immer haben. Aber ich glaube, es würde sich auch irgendwann dann abnutzen. Lagen Sie dran, Agent. Bald gehen die Fluchtwege aus. Ja, doch. Das vermute ich. Wenn man es dauerhaft spielen würde. Können wir hier hoch? M-m. Calm. Irgendwer hat ja noch eine Kiste geöffnet. Wo liegt die? Ah, Spezialmonie. Immer wieder gerne. Aber die Spielersuche läuft noch, ne? Nein. Jetzt. Wir brauchen noch einen. Unbedingt. Juri, pass auf, Mensch. Es sind so viele. Das kann hier haarig werden. Da, goldene Kugel. Yay. Kommt her, ihr Ratten. Na, 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 na. Ah, schieß. Katsching. Katsching. Und da oben die nächste goldene Kugel. Köpfchen. Köpfchen. Und weiter. Na, wo sind sie denn? Hi. Das gilt. Noch mehr. Die kommen da aus der Tür raus. Flop, flop, flop. Mensch, ey. Wenn die goldene Kugel erstmal zieht, ey. Ha. Ha. Kleine rote. Kleine rote. Wunderbar. Und jetzt den Decken. Näher ran, näher ran. Deckung. Uh. Ah, es reicht nicht, ne? Es reicht nicht. Das galt nicht für mich. Vorsichtig. Vorsichtig. Oh, das ist ja... Prächtiger ist das, Mensch. Droni, komm mal raus, bitte. Ich brauch dich gleich. Flop, 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 flop. Gib ihm. Die nächste goldene Kugel. Nice. Da hinten. Zerlegt sie. Einem nach den anderen. Na, na, na. Wo, wo, da? Da kommt sie doch raus. Aus ihren Löchern. Die verdammte Grubenhauer. Aus V-176. Tod Grubenhauer. Höchstpersönlich. Flop. Ja, empfehlen. Jessie ist ein super Mitspieler. Na? Kommt da noch mehr? Wo dürfen wir hin? Wo müssen wir hin? Ich push den Button. Können wir? Abtackelen. Das letzte, was wir brauchen, ist, und hab Falschirm. Und die Schuhe, Mensch, die ganze Zeit am Leuchten. Ich bleib einfach bei der Police. Das Gebiet ist so weiträumig. Ich brauche die ganze Zeit Distanz. Und der Stack füllt sich ja dann auch, wenn genug Gegner da sind. Nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Und das mit der ACS probieren wir noch aus. Die rennt ja nicht weg. Am liebsten hätte ich trotzdem die Rock'n'Roll. Einfach nur, weil es die benannte Variante ist. Ist einfach besser. Weil dein Name steht. Das Besondere. Besonder Serrer. Aber nun. Voller Fokus. Hier sind Dicke wieder. Mhm. Ich muss nah ran. Aber nicht zu nah. Hä? Da. Das ist meine Kiste. Erst den kleinen. Und dann die großen. Komm her, du Ratte. Hey, hey, hey. Sag mal. Musst du dich da unten so verstecken? Hat der eine Gatling oder so? Katsching. Yay. Den Stack aufladen. Das liegt leider nicht an mir. Die Dicken zu zerlegen. Aber auch wir werden gut Schaden machen. Dank des HB-Sets. Schwachstellen. Jetzt. Alalalalalala. Ja. Wunderbar. Brenne, du Hund. Brenne. Barbecue. Juhu. Mhm. Crazy. Aber das war jetzt nicht das mit der Dampfsauna am Ende, oder? Oder doch? Höh. Aber eigentlich wissen wir ja jetzt Bescheid. Irgendwann kommt der Dampf. Dann müssen wir die Brücke hochholen. Los! Komm schon! Alexi. Super aggressiv. Katsching. Los! Nein, nein, nein. Warum? Warum nur? Ich hab's vergeigt. Oh, doch nicht. Da geht noch was. Alles ist wieder möglich. Dank der goldenen Kugel. Insofern keine Gegner da sind. Na ja, dann gehen wir eben hier lang. Ist da noch Kram oder so? Nee, ne? Du wusstest nur nicht so hundertprozentig, wo du gerade hin sollst. Keine Panik. Ich kenn das auch. Hier lang. So. Oh, Wisi. Der ist schon vorgerannt. Oder ist das doch jetzt mit der Dampfsauna? Mit dem Hammam? Kajika. Okay. Zack. Oh, doch. Das ist es. Los. Ideale Position. Rechts. Aua. So. Schieß ein paar Raketen los. Das macht sich hier ganz gut, finde ich. Katsching. Flopdiwupp. Klickdi-Klick-Klick. Damit hätten wir jetzt das Leon Dagavo. Wort Bingo durch. awatomi-Klick-iklick. Das war's.